Sanatanasana ist die Stellung der Ewigkeit. Sanatana heißt Ewigkeit oder das Ewige. Sanatana ist auch die Bezeichnung eines großen Yogameisters, eben einer der vier Kumaras. Die vier Kumaras sind Sananda, Sanatana, Sanatkumara und Sanaka. Und Sanatanasana ist eben benannt nach einem dieser vier. Angelina zeigt, wie es geht. Setze dich auf den Boden, gib eine Ferse zum Körper hin und die andere Ferse auf das Schambein. Dann gib die Hände auf die Knie, Handflächen nach oben, Hände in Chinmudra und schaue zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Das ist Sanatanasana.